Du bist Jens Mühlhoff, einer von drei Regisseurinnen von dem Film Vergiss mein nicht. Heute nicht da sind Fabiana Fragale und Kilian Kuhlendahl. In dem Film geht es um Steffen Mein, einen guten Freund von uns, der während der Räumung im Hambacher Wald sein Leben verloren hat. Es geht aber auch um Aktivismus und darum, wie Menschen dort versuchen, politisch wirksam zu sein. Der Hambi ist? Ein utopischer Ort, wo Menschen versuchen, eigentlich für eine bessere, gerechtere Welt Lösungen zu finden. Steffen Mein war? Ein sehr liebenswürdiger Mensch, der sehr offen an alle unterschiedlichen Menschen rangegangen ist und ein sehr großes Bestreben nach Gerechtigkeit hatte. Objektivität als FilmemacherInnen? Ist eigentlich unmöglich, aber dadurch, dass wir drei Menschen waren, die Regie geführt haben, würde ich sagen, haben wir es mit den drei Subjektiven vielleicht zu ein bisschen mehr Objektivität geschafft. Erinnern heißt auch? Erinnern heißt, aus der Vergangenheit zu lernen und eben zu gucken, wie man das im Jetzt, im Hier und Heute anwenden kann und was für eine Verantwortung man auch hat. Das Publikum soll sich in jeder Sekunde in dem Film eigentlich selber positionieren, was sie von dem, was sie da sehen, halten und von dem, was sie da hören. Aber gleichzeitig kann das Publikum auch erwarten, dass sie sehr herzlichen, tollen Menschen begegnen, die aber auch eine gewisse Härte haben, die faszinierend ist.